Herzlich Willkommen zurück im Freispiel. Herzlich Willkommen zurück zu wir haben die Herz-Neuheiten 2020 für euch getestet. Und erklären sie euch natürlich, wobei ich beim Magnifix nicht viel zu erklären habe. Es ist ein Spiel aus dem Hause Amigo für zwei bis vier Spieler, dauert ungefähr 15 bis 30 Minuten und ist ab sechs Jahren gut spielbar. Das Spiel spielt mit so Plastikteilen, die nennen sich Magformas, das ist von dem Spielzeugbereich so ein Ding, kenne ich gar nicht sonst. Das sind halt Plastikquadrate und da sind Magnete drin, so dass man die unterschiedlich anordnen kann. Zu Spielbeginn bekommt jeder Spieler in diese fünf Teile und dann haben wir einen Kartenstapel, den wollen wir durcharbeiten. Da sind Aufgaben drauf, die es zu erledigen gilt. Und ich mache das jetzt einfach mal zwei, drei Karten für euch. Ich glaube, dann ist die Erklärung schon durch. Los geht's. So, habe ich fertig, nehme ich hier die Karte. Wenn andere Mitspielenden dabei sind, dann geht das natürlich einfach auf Tempo. So, fertig. Nächste Karte. Ihr seht auch, wir räumen das nicht wieder auf, sondern so wie es gerade liegt, wird einfach weitergespielt und das Ding ist wahnsinnig hektisch. So, das war schon Magnifix aus dem Hause Amigo. Gefällt uns richtig gut, wenn man mal kurz zwischendurch was spielen will und wieder wach werden möchte. Ganz starkes Teil, sicherlich nichts für den ganzen Spieleabend, aber immer mal zwischendurch eine Runde Magnifix geht auf jeden Fall. Cooles Teil. Ja, wir machen weiter. Hier in der Playlist werden weiter die Neuheiten Essen 2020 erscheinen. Ich werde weiter jetzt die Maske tragen, weil momentan gerade die Spiel stattfindet und bei uns die ganzen Spieler ausprobierbare bleiben sollen und somit nicht in Quarantäne geschickt werden. Deswegen desinfiziere ich mir vorher die Hände, trage die Maske und dann bleiben die Spiele hoffentlich sicher. Wenn wir euch noch bestimmte Sachen vorstellen sollen, sagt uns das. Und zwar am besten unten hier unter dem Video in den Kommentaren. Lasst uns ein Abo da. Viel Spaß mit Spielen. Tschüss!